Hallo, ich bin Blerim. Ich bin 2017 und bin im zweiten Lehrjahr. Als Zeitungsinstallateur bin ich die Gebäudetechniker AG und ich zeige heute mal meinen Tag. Da ist jeder Hilfsbereit und so wie in schwierigen und auch in richtigen Situationen für dich da. Die Arbeit macht sehr Spaß. Das Team ist sehr freundlich und untereinander haben wir es alle lustig. Die Gebäudetechniker AG ist ein familiäres Unternehmen. Die Arbeit ist vielseitig. Es macht auf jeden Fall Spaß, mit den Leuten zu arbeiten. Du lernst sehr viel dazu, zum Beispiel Schweißen, Materialbestellen, Planlesen. Also die wichtigsten Sachen. Wir machen Umbau, Neubau und Sanierung. Die Hauptaufgabe von dem Heizinstallateur besteht darin, Heizungsanlage zu installieren. Die Heizungsanlage besteht aus vielen Komponenten wie Kessel, Warmwasser, Wärme, Umwälzpumpe und so weiter. Die Werbe, die mitgliedert wird mittels Rohr, hat die jeweilige Endstation transportiert. Die Aufgaben, die ich ausführe, sind klar im Fokus studieren, Speisen und Komponenten bauen. So, jetzt habt ihr einen Einblick in meinem Arbeitstag gesehen. Wenn ihr wollt und euch das Video gefallen hat, könnt ihr euch gerne bewerben.